Ich zeichne eben die BHs am Computer. Das sind teilweise technische Zeichnungen für die Maßtabellen, aber auch die Zeichnungen für Umkolorierungen für Kunden, Kundenvorschläge. Da entwerfe ich erst die Grundform, indem ich die erste Linie setze, dann mit den bisher Kurven, den BH, die Grundform einzeichne. Wenn diese Teile alle geschlossen sind, kann ich sie einkolorieren. Wenn diese Teile einkoloriert sind, kann ich dann die Absteppung setzen und auch die Bogenkanten. Dann kann ich sie noch perfekt positionieren, bezeichnen, also die Artikelnummern. Ja klar, es ist was Besonderes, was Neues. Ich bin aufgeregt, aber freue mich auch schon, bin gespannt wie es wird. Es passt zu mir, zu meinem Typ. Auch die Farben finde ich echt super. Das was auffällt, sind eben die Stickblümchen, auch die Verzierung oben, die Bordchenkante. Das kommt halt so mit den eigenen Mitarbeitern wirkt. Das ist hier in der Gegend, denke ich, sicherlich bekannt.